ein Ich glaube ich war bei der Bauer da ist einer gespottet Glaub ich schon Der ist nun oben um Lang gefahren Einer habe ich Misser dafür von den Tieren Ah der Helie ist in der Lauf Noch einen Du hast ja voll Exolution-Tag gekriegt. Das kommt schon. Na, nach dir, ey. Mann, der Heli hat keine Tüffer. Was ist das denn? Ich hab ja den einen rausgefasst. Was ist das denn? Das ist unfair. Boah. Ja, der Tank. Der Jet hier? Hallo? Wir sehen uns mal in Kreise. Ey, jetzt immer noch hinten, ne? Ah, Ripped. Was war das mit dem Rahmen da? Taktik. Ja, ich konnte dich nicht dritten. Das war richtig. Du kannst da keine Toll-Smash schießen. Ich kann da auch keine Toll-Smash schießen. Ich möchte da raus befallen, aber das ist ganz lustig. Ready? Äh, Serenade. Is disabled? Ready, go. Die V-Komm? Oder ne, Jet-Net-Crunch. Fuck. Egal, fuck. Was? Was? Scheiß Passives, ey. Na, Ero ist auch endlich mal 140. Wup, wup. Wup, wup. Wup, wup. Naja, das Torsten nicht. Was denn? Der Opening-Tage, ey. Ne, ne. Ja, aber Jens ist auch gut. Ich bin ja kackig. Ich guck dich. Wie viel sind wir zu? Das war irgendwie ein Lastwagen. Das war irgendwie ein Lastwagen. Wer kann. Lastwagen fahren. Lastwagen fahren. Lastwagen fahren fahren. Ich hab's verklebt. Bin halt ne. Nein. Ach, ich bin ausgestiegen. Ich bin richtiger Kackspur. Das war alles gar nicht so geplant. Das war den. Okay. Ich bin da vorne disabled. Oh, ich werde hier angeschützt. Das ist er. Wow. Hey, Moment. Ich muss das sofort geben. Ja, wow. Unten, unten. Läh, ich fliege. Kannst du schon mal üben von hier ungefähr dann. Am besten müssen wir... Wenn ich keine Spots habe, sieht man die immer so schlecht. Ja. Selbst mit Zoom. Ist halt so, ne. Aber, ähm... Keine Ahnung, wir müssen am besten dann hier immer... Hut wachen am besten, dann siehst du ja viel weniger, oder? Ja. Ja, klar. Ich glaube, die dann auch frotten. Äh... Wake, oder wer auch immer... Wollte, oder wer im Tank klagen geht... Dann muss dann einfach... Ihrs Gebäude kaputt machen... Bei den Upper Flakes. Wir kommen, wo die fahren. Ich werde das auch hinter uns. Ja, hab schon einen Tag auf dem geschossen. Man wieder losgehen, Wake. Hey, ich nicht. What the fuck. Gerade war schon der erste Deathwind... In der APA-Arena, weil einer nicht antippt. Ja, ich hab nur acht gemacht. Startup 3. Na ja, Startup 3. Ja? Äh, Fans und Qualls konnten... Die hatten doch gerade... Die hatten nur zwei... Ja, eben, eben, eben. Ich hab's gerade gesehen. Deswegen gibt's dann Free-Win. Wo gibt's denn Free-Win? Für... Für ein Team, weil... Kannst du Scandrunner, Team? Ich hab's dann schon mal fertig. Und wann so Rot... Das Ding ist ja... Das Ding ist ja... Ich hab' diese großen Codys wie die, Alter. Das Ding stressend... Ich hab' den Jack da, der verschickt sich, oder? Nein. Ja. CIA, war? Was haben wir denn... Ich hab' den EPS nicht gepackt. Wann zu spät, oder was? Weißt du nicht... Disabled. Oder gibt's ne Möglichkeit, dass der APS nicht abfängt? Äh, EPS bugged. Achso! Weil ich hatte der APS an und dann hat die Critical Flash und die Frau bekommen. Der ist nicht los. Der APS braucht nur ne halbe Sekunde, bis es aktiv wird. Ready? Ja. Jetzt kriegen meine Maus nicht höher. Und dann bugged. Du hast sofort was zu sagen? Okay, okay, okay. Also früher aktivieren und dann hoffen, dass es nicht bugged. Ich versteh das. Er ist disabled. Er ist active oder top? Ich kann echt nicht Elivieren. Die sind getroffen, die sind so ne Scheiße. Ähm, ich meinte, die haben eine Spawnbeacon relativ weit hinten in den Bergen. Ist doch okay. Da kommen die immer. Siehst du da? Oder hübsch du? Wo bist du hin? Na, immer auf Alpha. Wollen wir mal gucken, ob ich die nochmal spotten kann. Es hat die Scheiße schon wieder gebugged, oder? Ja, wirklich lächerlich. Äh, hast du das gesehen? Nein. Die, wie es einfach vor uns explodiert hat, aber die war kein TV-Bug. Nein. Puh. Ist das frustrierend, ey. Ich war da aber eigentlich nicht. Ready. Let's go. Noch nicht ready. Weg. Mach die P.I. Wir sind jetzt zu blöden. Ja. Ah. M.A. Ready. Boah, wir haben gleiches Satz. Ja. Ja. Hört. Hört. Hört, ja. Hört. Loll. Ich hab schon wieder kein EPS aktiviert, weil ich ja nicht rumkopf bin. Da musst du auch kein EPS aktivieren, weil du da jetzt einfach hochkippern kannst hinter dem Stein. Bis ich da rumgeflüchtet bin oder so. Dann hast du eh keine neuen Hits. Ich denk das da. Nein. Da wär natürlich echt jetzt nicht drauf, oder? Ah. Da wär natürlich dauernd. Ja. Hier nervt mich ein Zicker. Ja. Komm noch mehr. Hab noch keine D.V. Na, einer ist Realtür und dann. Wieder Loks. Ja. Da war ich richtig dämlich. Ah, der geht bestimmt gleich down. Hab's gemerkt. Aber ich bin halt auch im Bot. Das ist halt die Sache, ne? Machst du jetzt. Wenn's was auch mal. Wenn's was auch mal. Heli. Ja. Was? Acht. Obwohl ich alles rausgehebe. Ich muss aber auch sagen, ich fahr auch L.E. wie nur auf Kapp. Also, ich muss, ey. Früher hab ich's mal ein bisschen im E2E gespielt. Da war's doch ganz anders. Da hast du das mit Zoom-Optik und was weiß ich gekannt. Da hast du einfach ein Optik. Ach, Alter. Die Wettbewerbe. Nur noch Jens fährt mit Zoom-Optik. Er kann fahren. Ja, ja. Sag ja gar nichts dagegen. Aber jeder andere fährt mit Tömmen. So. Na gut. Jetzt hat er ja mal Vera im L.E.W. Die liegt ja eh alle zusammen. Äh. Hast du überhaupt losgefahren? Na ja. Steh denn. Das ist dicky dicky. Dadsch. 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 Reno. Da ist ja noch. Trächtig. Kannst du den Schild da noch holen? Der F8 1 gefehlt hat. Alles. Geht's. Alles. Die sind dran. Die Typen. Die Typen waren ja hinten irgendwo beim Berg. Da. Ja, ich weiß. Wie da noch? Ja, der ist aber fast dauer. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm. Mach schnell. Ja. Kannst du mir hin? Also den Apo pukern hab ich. Ja, ist aber. Na, wie kann ich die Zauber verkacken? Einige Dreck, mate. Einige Dreck. Jetzt 50 Schaden gemacht. Das war so dumm. Das war so dumm. Ah, der andere war leider. Der hat dann noch immer noch ein Latino gespielt. Das muss dann ändern, wenn die alles machen können. Jawohl. Mich wundert, dass wir in den, in den, ähm, ähm, Russland gegen die EU nicht viel Kraft gestorben sind in den ersten Runden. Ich bin erst. Ich war ja einmal von Anfang an schon tot. Keine Ahnung, warum ich ihn tot hatte. Das war halt lustig. Dann hab ich mich einmal verlegt. Einmal wurden wir geiglert. Und einmal bin ich am Boden dann gestorben, als wir nach der Igla tot waren. Das war die Antichode. Die erste Runde lief ganz gut, hab ich gesehen. Es war ja alles erlaubt. Es war Laser erlaubt. Es war ein MBT-Laws erlaubt. Es war wirklich alles. Aber dann war ja euer Jet ganz gut, oder? Loa warst du mit irgendwo? Nein, nein, nein. Nee, Jet, wir hatten Senti und Fair of Wings. War ja einmal selbst und einmal affected. Abschieben, wenn wir hier sind. Ja, gut. Blosscourt auch gut mit dem Scout. Alles weggefarmt. Den hab ich nur sterben sehen. Nöder. Also ich weiß nicht, in der zweiten Runde hat er glaub ich 28. Irgendwas gab. 2-3 oder so. MA hat ordentlich die Sente drauf. Russland, achso. Die liegt auch aus. Ähm. MA ist down. Wir dürfen nicht so weit pushen wegen diesen Spastis da mit dem NA. Wer denn hier? Ah, ist gebellt. Dead is up. Kommt. Spotted. Ähm. So. Da. Ah, wo er ist. Exhal nicht geschossen diesmal. So nett. Nein. Ja. Hau mal ab hier wegen dem Lock. Soll, ich habe keinen Weg drin mehr. Was ist das denn? Da oben. Da am Berg, ja. Mann, ich habe meine Zorn nicht getroffen, weil du nicht gerammt hast. Wo einen habe ich verloren? Du hast dich gerammt. Ja, was weiß ich. Nur die Frage. Lass mal Brotwunder machen, das ist lustiger. Ja. Der muss mal sagen, was ich weiß mitnehmen. Lies ab. Ich habe 25 mit. Oh, es muss er. Millimeter? Ja. Keine Ahnung, das ist nicht so intelligent, aber... Ja, und ich habe TV mit, aber kannst du auch kaum mitnehmen. Ja klar, nee. Du beiden schwack mal. Die beiden schwack mal. Ja, ey. Ready, go. Ja, danke. Hat LPS. Oh Gott, ich treff gar nichts. Ja, danke. Hast du mir noch eins gesagt? Ja. Uuuuuh. Wieso hast du erst einen Bonzer, als du die Hände dabei? Ich... Bonzer habe ich nie bekehrt. Bonzer ist wieder in die Hände. Also, okay. Okay, ich wurde es wieder da. Nein, hier ist immer noch fast, wie ich bin. Hast du Glück? Ne, ich bin, äh... Ich stehe schon wieder am Spawn. Okay, danke auch. Okay, danke auch. Danke auch. Machen wir Taktik? Oh ja, ist ja... Ist ja... Krass. Machen wir eigentlich noch Zeit. Boah, irgendwie... Loll. Können wir ja hier eigentlich jetzt mal gucken, was wir noch so üben oder so. Wie hoch muss ich fliegen? Ja, mit oder... Steinen schießen kannst du und so. Kannst du mal schauen, nicht so. Dann ist einfach mal so... Ja, nein. Das Problem ist, wenn die sich dahinter verfinden, ich komme ja eh immer nur mit hier. Wenn die dahinter stehen, mache ich kein Länge. Lass mal, es ist laut hier liegen. Okay. 3, 2, 1, 2, go. Komm mal ohne Hitsieger, ne? Alter, mach mal Krach aus. Ja, das bin ich mit Krach. Weil mein Liebrichter fertig ist. Ja, mach mal aus. Machen wir aus. Hallo. Hallo. Hi. 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 Halt so wenig Does. Ich hab dich so gut besitzt Weil... Hey, ich hör dich noch mal weiter Ich hab dich so gut getet, ich hatte Dauerhaftiges Marken Re-Plan Felt hier drauf So wie das aus Guten Tag Was ist da los ey? Ich hab mit der Admin gerade hier Alles neu gestartet Mann Ah, Mann Bis runter? Ja, und du fahrst einmal in der Elevator gegen mich Ach ja, äh Sehen wir ein Batschen links auf der 8v8 Arena gehen nicht, ne? Batschen links Ready, go Hier ist dein Mann Hier ist dein Mann hier Hier ist dein Mann hier Ja, da trifft er die Opening Die, äh Ciao Ich hab relativ oft mit Jens geübt Weil der hatte nie einen, da hat er immer mich gefragt Ich muss sagen, gegen dich war es easy, gegen Jens war es ganz schön Also ich hab zu Ende wie immer mal gekillt bekommen 1 zu 3 1 zu 4 Als ich gegen dich gemacht hab, das war... Da hab ich es auch noch nicht mit Jens gespielt Keine Ahnung So ein bisschen her Jetzt dodged der nach oben, ey Hä? Gehst du auf den Heli? Äh, ne Noch bist du gegangen Wake und ich haben immer auf der anderen drücke gekämpft Dann kommt das ja nach oben Hä, wo bist du denn? Ich sneak mich an dich ran Merk schon Ohne Backshot kannst du nicht gewinnen, ne? Oh, da hinten ist er Oh, da hinten ist er Hehe Was machen wir jetzt? Geht der da am Felden rum? Das warst du ja immer mal Eh am Arsch Ja, ich hab auch noch gegen den Felden gesammelt Ja, RIP Okay, jetzt pack ich seit, oder? Jetzt schon Nein, jetzt... Jetzt geht Lothar im Scout-Telion Und wir versuchen Teil Nein, 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 nein Lothar muss ich jetzt immer als immer richtig warm spielen Aber ich kann in Scout-Telion gehen Nee, nee, dann lass mal 1-1 erlebe ich für den Gons Oder 1-1 tanken, ist mir auch egal Nee Ready Nein, scheiße Ready Go Alter, 33er kill ist Glück gerade Egal, ich geb die Pizza essen Ähm, ja Malb geht's los, nicht wahr? Ja, schaff ich easy Ja, schaff ich easy Ich geh da nochmal die Opener und so durch, wer er wohl entfernt Malb geht's schon los Ich hab ein Spiel über das Match So Oh, mein EPS hat einfach nicht rechtseitig mitzinnig Ich hab keine Ahnung, wie das Jens eigentlich jetzt gerade spielt, weil der Fan ist jetzt auch nur noch 25 Ähm, ja Im PCW hast du ja kein 1 gegen 1, so wie es hier ist, also geil Braust du eigentlich nicht Ready? Ja, ready, go Oh, was war denn? Oh, was war denn? Jawohl, hab ich richtig eingesetzt Wir haben jetzt Weiß nicht, warum mein Middelsberg war der Spiel? Weil ich ihn getaut habe So, als rauszuspringen Okay, so down. Wir haben ja den edigsten M8-Friars in unserem Team. Was schon? Ich glaube, der ist, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, der ist der erste, der Zweiter in der Weltraum löst, der wird mit dem Zweifel. Es ist von der Atacke, Lü... Oh, shit. Ich bin ja gefailt. Er hat sogar gedutscht. Hat nicht. Ist down. Mal, fahre hier, ob da noch was ist. Oh, gleich E-Actors wieder. Wo ist der Judge? Von. Tut's, Mr. Falls wird. Ah, nee. Casten. Nee. Ready, go. Er antwortet halt Lotham nicht. Ja. 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 Oh, gosh. The base, weißt du? Ja. Also, da passt heute keiner. Nee. Oder? Ja. Schieß noch auf für den Judge. Was streamst du dann? Ja, mach er nicht. Aber du kannst vielleicht, du kannst wegkaten, glaube ich, wenn wir fragen. Nein, kann er nicht. Nein. Offizielles Match. Offizielles Match. Ja, stimmt, ja. Äh. Äh. Was für ein Blinj. Warte mal, kill den mal nicht, kill den mal nicht. Und die raus. Natürlich. Ja, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Der war's, der hab ich. Denk dir bis mal. Ich bin ein bisschen mehr. Kannst du ihn spotten? Er ist tot. Oh. Kommt mit der Spawn-Gedition-Sprung. Ah. Oh, hat auch kaputt gemacht. Objektiv Alpha's been neutralized. Objektiv Alpha's been neutralized. Objektiv Alpha's been neutralized. Natürlich. Pff. Here's your meds. Go get it. Ich denke, der Rapp. Ausgeshalte. Der Rapp. Ups. Pilb is down. Go. Kurade! Da ist er. ingers Code. Im Hinblick auf deinen Championships. Herbie fs ist weg. Er hat die Hitsche. Dasίο da! Oh? Das Internet! Du willst weit hinterm Stein? Ach, da ist er. Kannst du bei dir Schaden? Da müssen wir gleich da umgehen. Ja. Oh, nein. Ehm, was? Hallee! Oh, das ist wieder so eine fucking... Pfff. Wie er eckt das einfach. Hey, where the fuck bist du? Ich mich gerade auch. Was? Was hast du gedacht? Ich bin noch im Spawn. Nein. Nein, längst raus. Ab ihn. Weiß. Ich weiß nicht wo du wisst. Jet Jet ist weg. Ja, das ist schon aus dem Shortage. Ah, ist down. Da war dieser Gylke oder wer. Nein. Waffen. Waffen auf Jet ist auch da? Natürlich! Oben. Das sind das kleine Geländer. Ja, das kann heute auch passieren. Was? Alter, die hat der Intens. Nein. Nein. Ich darf da einfach dieses kleine winzige Geländer drin. Kann ich doch. Was? Lass mal Ritty dort. Der geht mir. Ah, bitte genau vor ihm aus. Scheiße. Ritty. Ritty. Ritty go. Du willst ja. Du willst ja mehr spotten. Du willst ja gerade die Färzen dahin. Ich habe dahinter die Färzen. Ja.